Ich bin Anja, ich habe diesen Beruf gelernt, für den ihr euch jetzt interessiert, Einzelhandelskauffrau. Ich bin schon sehr lange mit dabei. Schon seit 30 Jahren, auch schon sehr lange im Unternehmen. Und ich kann euch sagen, es macht auch noch so lange Zeit noch richtig Spaß, weil jeder Tag anders und spannend ist. Mein Name ist Dana und ich bin im dritten Lehrjahr und bald mit meiner Ausbildung fertig. Mein Ausbildungsalltag sieht so aus, dass ich jeden Tag hauptsächlich die Kunden betreue und mein Ziel ist natürlich immer, dass die auch zufrieden mit mir sind. Außerdem verräume ich auch die Ware und sorge dafür, dass die Abteilung ordentlich und attraktiv für jedermann aussieht. Um die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau oder zum Einzelhandelskaufmann zu absolvieren, muss man drei Jahre in einem Betrieb arbeiten und man verdient 670 Euro brutto im ersten Lehrjahr. Wir werden hier nach Tarif bezahlt. Man braucht mindestens einen Hauptschulabschluss. Ganz wichtig ist aber, dass man offen ist. Man muss teamfähig sein, freundlich und auch selbstbewusst, dass man offen auf den Kunden zugeht und nicht so schüchtern. Jeder Tag ist spannend. Man trifft jeden Tag neue Leute. Es gibt neue Aufgaben. Man muss kommunikativ sein, auf die Menschen zugehen. Das ist einfach interessant, weil ihr jeden Tag jemand anderen kennenlernt und jeden Tag etwas anderes erlebt. Wir haben eine unglaubliche Vielzahl von Elektrogeräten und von elektronischen Geräten. Die begleiten euch von morgens bis abends. Wenn ihr mal schaut, alles was eine Steckdose hat, das verkaufen wir auch. Wir können vieles ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt in eurer Ausbildung, euch mal was mit nach Hause nehmen möchtet, das könnt ihr ausprobieren, um es dann unseren Kunden besser erklären zu können. Besonders spannend finde ich es auch, wenn plötzlich mein Schauspieler aus der Lieblingssendung vor mir steht oder ich einen Hollywoodstar bediene. Die schauspieler aus der Lieblingssendung. Das wird merk seis für 500 gπ. Die schauspieler aus dem Fernsehen.